Doch die Interpretation von Herr Hamza zieht natürlich weitere Fragen mit sich, die selbst seine Schüler anfangen sich zu stellen. Sie haben gesagt, das ist nur ein Koranstieg und Gott will dich erhöhen. Das heißt, wenn sie jetzt auf der Natur in Rang stufen und sagen, er ist nicht in den Himmel oder ist nicht körperlich emporgestiegen oder wo auch immer, er wird nur in Rangstufen gestiegen. Das heißt, er muss ja irgendwie tot sein. Wir haben die Erklärung von Mohammed, dass er emporgehoben wurde. Wenn es um die Erhöhung von Maria und Jesus geht, sei damit angeblich nur Rang gemeint. Geht es nun um die Erhöhung von Hz. Jesus, hat es plötzlich die Bedeutung von körperlicher Erhebung. Schauen wir uns an, was nicht Ahmadiyya Gelehrte dazu sagen. And when Allah said, O Isa, that is Jesus, I will cause you to die. 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 And raise you to myself and clear you from those who reject. So this is very important, this is the sequence. Number one is, first is, when Allah said, O Isa, that is Jesus, I will cause you to die, is the first statement. Mark, this is a very important ayah. You must know what I am saying. I will cause you to die and raise you to myself. That means raising, in Arabic, Rafa means, raising not physical also, it means honor. In Arabic, Rafa means, raising not physical also, it means honor. In Arabic, Rafa means, raising not physical also, it means honor. And raise you to myself. First is, cause you to die. And then is raised to myself. Pieces on me that I die. So these two things you must know. The second was, Rafa, raise you in degrees. The second was, Rafa, raise you in degrees. The second was, Rafa, raise you in degrees. First is, completing the life, soul, psyche. The second is, raise in degrees. The second was, Rafa, raise you in degrees. So this is, when the Quran has used the title of the Al-Faqah, then it can be regarded in the Entrevirus, that it is worth it. But God gave it to them to be the Son of the Al-Faqah. The second was, that he did not believe it. Now if you want to give a report, that if you are a person that doesn't at all, then it is clear that the person who they say is, who they say, who they say, that the person they say, that it's not aware that the person that has been given, that it's no one for the rest of the Quran. Otherwise, it doesn't even require it. So, if God said, it is, he'll be given to the word of the Quran. Rather than it, he says it doesn't. The truth is, is, that's just the truth. Der schiitische Gelehrte Alam HaKummi schreibt, Alam HaKummi, ein berühmter Gelehrte der Schiiten, schreibt, Jesus Alayhslam wurde nicht getötet, sondern Allah ließ Jesus Alayhslam vollkommen sterben und gewährte ihm spirituelle Erhöhung. Und die Leute, die keine Probleme haben, ihre Argumente aus ihren Gegnern, ihren Bischof, das hier zu holen, sind eher zu folgen. Auch im Koran, wann immer das Wort Rafah für einen Menschen benutzt wird, wird damit spirituelle Erhöhung gemeint. Und hätten wir es gewollt, wir hätten ihn dadurch erhöhen können. Aber er neigte sich der Erde zu und folgte seinem Bösen Gelüst. Konnte Allah ihn etwa nicht wörtlich erhöhen, aus dem Grund, dass er sich viel stärker zur Erde gezogen hat? Nein, er wollte spirituell nicht erhöht werden, weil er seinen niederen irdischen Gelüsten folgte. Gucken wir uns an, wie Anti-Ahmadiah diesen Vers erklärten. Auch über den Propheten Idris Alayhi Slam heißt es im Koran, dass er erhöht wurde. Trotzdem bedeutet das nicht ein Flug in den Himmel mit dem Körper. Der heilige Prophet, Sallallahu alayhi wa sallam, erklärt den Koran am besten. Die Lieferung, natürlich die Erklärung von dem Koran, erklärt uns Muhammad, der das Buch gebracht hat. Der Prophet, Sallallahu alayhi wa sallam, sagte, Wenn der Diener sich erniedrigt und demütigt, dann wird er von Gott zum siebenten Himmel empor gehoben. Auch im Gebet zwischen den Sachtas, beten die Muslime gemäß der Sunna des Propheten, Sallallahu alayhi wa sallam, Allah erhebe uns empor. Allahumma warfani Allah erhebe uns empor. Meint man damit ein Flug oder Rang bei Allah? Als die Ungläubigen zum Propheten, Sallallahu alayhi wa sallam, sagten, Wir werden nicht an dich glauben, bis du nicht in den Himmel fliegst. Was war die Antwort des Propheten, Sallallahu alayhi wa sallam? Wir lesen im Koran. Wir werden nicht an dich glauben, bis du ein Haus von Gold besitzt, oder aufsteigst zum Himmel. Und wir werden nicht an deinen Aufstieg glauben, bis du uns ein Buch hinabsendest, das wir lesen können. Sprich, Preis meinem Herrn, bin ich denn mehr als ein Mensch, ein Gesandter? Der heilige Prophet, Sallallahu alayhi wa sallam, sagt nicht, Höre, ich bin doch in der Nachtreise oder in der Himmelsreise angeblich mit meinem Körper im Himmel gewesen. Nein. Seine Antwort ist, Bin ich mehr als ein Mensch, ein Gesandter? Hier die Frage, Ist Jesus, Alayhi wa sallam, mehr als ein Mensch oder Gesandter, dass er in den Himmel wörtlich empor gehoben werden konnte, der heilige Prophet, Sallallahu alayhi wa sallam, jedoch nicht. O Pesh wa ha mara, Jis seh nur sara, Namus ka hai mohammad, Dil bar me ra yahi hai. Jetzt kurz zu der Nachtreise und die Himmelsreise des Propheten, Sallallahu alayhi wa sallam. Viele meinen, er sei hier mit seinem Körper in den Himmel geflogen. Der Koran und authentische Hadithe widerlegen diese Vorstellung. Der Koran und authentische Hadithe widerlegen diese Vorstellung. Jis eche Liefer-Johr am, Salliayu la nabrik ya daimanu, Fi j pali hield dunya w bar het baani.